Ich hab ne kleine Überraschung für dich, mein Sohn. Nein, 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 Dad! Das kann nicht dein Ernst sein. Ja, stimmt. Du bekommst keinen Porsche. Ich sag dir mal was, Junge. Nicht der Fahrer sucht das Auto aus. Das Auto sucht den Fahrer aus. Das ist eine mystische Verbindung zwischen Mann und Maschine. Hey, das ist mein Auto! Oh mein Gott. Was Sie gleich sehen werden, ist absolut geheim. Guter Gott, was ist das? Wir werden angegriffen! Wir stehen vor einem Krieg gegen eine technologisierte Zivilisation, die uns weit überlegen ist. Unser Feind kann jede Form annehmen. Sie könnten überall sein. Von Regisseur Michael Bay. Nein, 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 weg hier! Und von Produzent Steven Spielberg. Nein! Er wird euch nichts tun! Ich fahre, du schießt! Du musst einsteigen. Vertrau mir! Oh mein Gott. Los, Mann! Angreif! Okay, ihr müsst auf mich hören. Wenn meine Eltern rauskommen und euch sehen, flippen sie aus. Meine Mutter ist sehr reizbar.